Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Ein Set zum Dahin- oder besser Zusammenschmelzen. Mit dem Krieg der Brüder reisen wir zurück in der Zeit und treffen auf viele große Namen aus Magics Vergangenheit und auf viele mächtige Artefakte. Wir klären, ob die Maschinen wie geölt laufen im neuen Set. Wir reisen zurück zum Anfang, vom Ende. Der Krieg der Brüder ist vorbei, Mishra getötet, Urza nicht mehr derselbe und dennoch wird Dominaria noch immer vom ewigen Konflikt zwischen Mensch, Maschine und Magie erschüttert. Magics Lore war selten so riesig wie im neuesten Set. Ob die Karten, Mechanismen, Artworks und der Flavor dem standhalten können, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Im Krieg der Brüder Set Review. Los geht's! Ja, hallo Geis! Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend Martin. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass wir heute hier sind, um über das neueste Magic-Set zu sprechen. Wir haben so lange nicht mehr über ein neues Magic-Set gesprochen. Du, ich freue mich. Es wurde langsam langweilig auch schon mit Dominaria United. Endlich neues Set. Aber es ist wirklich schön, dass das kommt. Und es war auch schön mit Dominaria United. Hey, allen Sarkasmus beiseite. Ich freue mich tierisch auf dieses Set. Jawohl. Ich bin total drin. Wir werden heute sehr viel über die Lore sprechen, weil wie das Intro schon angekündigt hat, die Lore ist riesig. Und deswegen müssen wir heute auch viele Worte dazu verlieren. Wir versuchen es trotzdem kurz und knapp zu halten, sodass jede und jeder von euch einen guten Überblick bekommt darüber. Und dann irgendwie auch gewappnet reingehen kann, um dann den Flavor der Karten auch wirklich wertschätzen zu können. Und genau, wir haben gesagt, wir gehen auch schnell durch die ganzen Sachen durch und kümmern uns aber ausführlich um das Set. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich mit der Hauptspeise. Nicht so schnell nicht, lieber Martin. So schnell nicht. Starten wir natürlich gleich mit der Vorspeise. Und es ist ein kleines Suchspiel diesmal mit den ganzen Speisen. Wir haben die Mechanismen des Sets in Speisen gegossen. Und los geht's mit einer Kraftbrühe mit Steinpilzen. Das wird am Schluss alles Sinn gemacht haben. Ich glaube, du musst mir noch einen Tipp geben, damit ich das verstehe, was du meinst. Übrigens, guter Filmtipp. Sneakers die Lautlosen. Kann man sich immer wieder angucken. Da müssen sie ja auch so eine Voice-Activation machen. Und dann geht die eine mit dem, der die Voice-Activation bedienen kann, essen. Und versucht dann während des Essens alle Wörter von ihm rauszubekommen. Und es klappt auch. Und dann spielen die das dann später ab vor diesem Eingang. Hallo, meine Stimme ist mein Pass. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Oder so, wenn du es erzählst, frage ich mich, ob ich den überhaupt gesehen habe. Das ist jetzt auf der Watch-List auf jeden Fall. Sneakers die Lautlosen. Ja, gut, dass wir keine Zeit verlieren und direkt starten mit der Vorspeise. Was haben wir denn, Guys? Mindestens so alt wie Sneakers die Lautlosen sollte mittlerweile auch Magic sein. Wobei, ich weiß gar nicht, wie es dieser Film ist. Ich will auch überhaupt nicht über diesen Film sprechen. Ich will eigentlich darüber sprechen, dass Magic mal wieder Geburtstag hat. Ihr wisst ja, alle Jahre wieder, nicht nur jedes Jahr, sondern auch vor allem alle fünf Jahre, lässt es sich Wizards nicht nehmen, ich würde sagen in dem Fall Hasbro und die komplette Gemeinde und um Magic drumherum, nicht nehmen, ich sag mal ein großes Fest zu feiern. Und in diesem Jahr finden wieder zahlreiche schöne, coole, sinnvolle Dinge rund um den 30. Geburtstag Magics statt. Es ist aber auch ein Produkt erschienen, worüber alle sprechen und auch wir wollen zumindest kurz was dazu gesagt haben, nämlich die 30th Anniversary Booster, die herausgekommen sind. Und dazu möchte ich euch zu Beginn erstmal einen kurzen Überblick geben. Ihr habt es sicherlich schon gehört, in einem Display und ihr müsst euch jetzt die größten Gänsefüßchen, das sind quasi so, das sind keine Gänsefüßchen, das sind so ganze, mit ganzen Gänsen wedle ich hier, vor dem Mikro her. In so einer Boosterbox. Genau, es ist ein Display, nennt sich das. Das sind ganze vier Booster drin. Das ganze Ding kostet 999 Dollar und ist auf 30thedition.wizards.com zum Kauf erhältlich. In diesen Boostern sind natürlich 1000 Karten drin. Natürlich nicht. Diese Booster sind einfach Booster. Die sehen irgendwie schick und ein bisschen edel aus. Sind so ein bisschen feuli, 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 feuli. Und es sind einfach 15 Karten in jedem Booster. Random Karten, darunter eine seltene Karte. Drei Ankommens, sieben Kommens, zwei Standardländer und dann noch zwei zusätzliche Karten im alten Frame. Und unter diesen Karten, und das ist vielleicht das, das Wichtigste, was man erwähnen sollte, sind alles Karten, die aus Beta reprinted sind. Und darunter eben auch die Power 9, die Moxe, Time Warp, Time Walk und natürlich der Black Lotus, den man hier ziehen kann. Ja, das Wichtigste an diesen Karten ist vielleicht aber auch noch, dass es eigentlich gar keine Karten sind. Nee, das sind gar keine Karten. Nee, was ist denn das dann? Na, das sind Proxys. Weil es ist, aber die Rückseite ist eine andere. Es ist keine Magic-Rückseite. Also es ist eine Kartenform mit Illustrationen und Text von Magic, aber es ist keine offizielle Magic-Karte. Das ist richtig. Die Rückseite hat einen goldenen Kartenrand, die Vorderseite einen schwarzen. Ja, die Rückseite hat auch eine andere Illustration. Da ist der Black Lotus nochmal drauf und es steht 30th Anniversary Edition. Genau. Und das Magic-Schriftzug im modernen Design. Das heißt, man wollte klar signalisieren, hey, wir verkaufen welche ganz teuer Karten, aber hey, mit denen dürft ihr auf keinen Fall spielen. Das ist nur fürs Öffnen. Genau. Zwinker, zwinker, nicht in Tournaments spielen. Hm, genau. Nur casual. Also ich sag mal so, das sind Proxys und ja, wir müssen uns jetzt irgendwie nicht lange drüber unterhalten, dass ich einen Proxy von dem Black Lotus für deutlich weniger Geld haben kann als 250 Dollar, die ich pro Booster ausgeben müsste, um dann mit ganz viel Glück so ein Ding auch drin zu haben. Was die tatsächlich letztlich auch wert sein werden, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Jetzt gerade erscheinen die ersten YouTube-Videos von Leuten, die die Booster aufmachen und damit hauptsächlich demonstrieren, wie gut man Geld verbrennen kann. Die Inflation reicht nicht aus. Wir setzen hier noch einen oben drauf. Ich hab ein Video geguckt von Rudi, Alpha Investments, immer sehr kontroverse Videos, die er macht. Er hat aber einen Punkt hier an dem gehabt, wo er gesagt hat, die Chance, wirklich so eine Power-9-Karte zu öffnen. Da musst du schon sehr, sehr viele Displays kaufen und für den Preis, für den du diese sehr vielen Displays gekauft hast, kannst du dir eigentlich auch die Originale kaufen. Ja, na klar. Und das Original ist auch was wert, weil das ist ein Original, das hat eine Geschichte. So, da ist es noch was Besonderes, wenn diese Karte gut zentriert ist. Das ist was Besonderes, wenn die Karte in einem guten Zustand ist. Es ist was anderes, wenn Christopher Rush auf einem Original-Lotus unterschrieben hat, als auf dieser Karte. Und was das bedeutet für die Reserved-List und diese ganze Diskussion drumherum, ich blicke auf dieses Produkt mit sehr, sehr viel Unverständnis, kann es nicht so richtig verstehen und ich glaube, das liegt vor allem an diesem unfassbar hohen Preis. Denn ich habe sehr gut verstanden, diese Collectors Edition, die im Jahr XY, ich weiß nicht, zum 10-jährigen Jubiläum rauskam, wo man glaube ich damals für 49 Dollar das komplette Beta-Set, oder Alpha-Set sogar, kaufen konnte. Da war dann auch der Lotus drin und alles. Selbst diese Karten sind mittlerweile wahnsinnig viel wert und das wäre was Tolles gewesen. Einfach diese schönen alten Karten in einer Neuauflage nochmal in den Händen zu halten. Das hätte mit Sicherheit auch ein bisschen was an den Preisen dieser einzelnen Karten gemacht und ich sage mal so, die hätten auch dann Proxys drucken können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also wir finden das interessant und schön, dass es einen Rückblick gibt zu Magic, aber zu Magics Anfängen, aber nicht so. Ja, das ist Quatsch und wir werden ja gleich noch viel über Brothers War reden. Da gibt es ganz, ganz viel im alten Kartenframe. Und was machen die hier? Nehmen diese wunderschönen Duels, diese ikonografischen Duels und die ikonografischen Moxer und packen sie in den neuen Kartenframe. Das ist, finde ich, immer ein nettes Experiment, was auch sicherlich sinnvoll ist für Magic Online oder andere digitale Produkte. Aber wenn man schon vor allem auf diesen Nostalgiepunkt quasi gehen möchte, dann hätte ich auch gesagt, komm, dann machen wir alles im alten Frame. Dann geben wir den Leuten die Karten so, wie sie damals erschienen sind und machen nicht so eine halbgare, wir drucken jetzt doch nochmal alles, was wir eigentlich gesagt haben, dass wir es nie drucken und rechtfertigen das damit, dass wir es einfach für sehr viel Geld verkaufen und damit gewährleisten, dass die Preise der Originale nicht in den Keller gehen, die sie sowieso nicht gehen. Weil diese Sachen sind einfach Fakes, sind Proxys und sind nicht mal die schönsten Proxys, weil es einfach nur eine Art Kopie ist. Okay, ich glaube, wir haben genug zu diesem Produkt gesagt. Mehr sagen wir nicht zu der 30th Anniversary Edition. Außer, dass auch wir einen Booster aufmachen werden. Genau, bleibt dran. Unterstützt uns bei Steady, denn im Booster-Spaß machen wir live einen Booster auf. Einen Proxy-Booster, sozusagen. Genau. Okay, versprochen, wir werden keinen Cent dafür ausgeben. Ja. Genau. So viel dazu. So viel dazu. Kommen wir zur Hauptspeise. Das würde ich aber auch sagen. Was gibt es denn da zu essen? Zur Hauptspeise gibt es Hummus. Hummus. Ich muss sagen, die Betonung hat mir nicht geholfen, herauszufinden, worauf du hinaus wolltest. Du musst dich mir noch einmal erklären, bitte. Na, wegen Exhum... Nee, Exhum... Exhumus. Exhumieren. Humusch. Ist ja auch prototypreich. So Hummus. Das war das, was du verworfen hattest dafür und du hast dann gesagt, Hummus ist sinnvoll. Ich glaube schon, ja. Das fand ich besser und auch nachvollziehbarer für die Hörerinnen. Okay. Unterstützt uns auf Steady ab irgendeinem Level könnt ihr dann bestimmen, was wir hier zum Essen servieren. Bitte, allein deswegen, dass wir das machen. Unterstützt uns mental und hauptsächlich auch auf Steady, ja. Okay, wir haben viel vor. Auf geht's in die Hauptspeise. Diese Hauptspeise, wir werden wieder eine ganze Menge Awards verleihen für die Karten, die wir besonders toll finden. Wir werden auch über die Mechanismen sprechen, aber bevor das alles passiert, müssen wir diesmal viel über die Lore sprechen. Genau, du hast dich da durchgeackert, du hast nochmal alles gelesen, die ganzen alten Bücher und du hast nochmal alle Biografien von allen legendären Kreaturen nochmal nachvollzogen und kannst uns jetzt in wenigen Minuten einen kurzen Überblick geben, was passiert ist, was passieren wird und wo wir überhaupt sind zeitlich. Genau, ich habe meine Prohibition in Dominaria geschrieben, über Dominaria, auf Dominaria. Sagt man das nicht so? Ich habe meine Prohibition geschrieben? Nee. Wie sagt man, wenn man seinen Doktor macht? Prohibitiert? Nein. Ich glaube, wenn du das machst... Ich habe übrigens keinen Doktor. Ich glaube, wenn du das fragst, hast du deinen Doktor nicht gemacht. Das stimmt. Ich glaube, Approbation ist es. Approbation. Prohibition war das, wo man gern Alkohol trinken durfte. Das habe ich definitiv gemacht. Oder Dissertation. Aber das glaube ich, wenn man fliegt vom Militär. Los geht's. Promovieren heißt es, glaube ich. Ja. Es ist viel weniger lustig, wenn es mir doch noch einfällt. Wenn ich jetzt einfach sagen soll und dann später, wenn ich mir diese Folge nochmal anhöre, herausfinden soll, dass ich totalen Quatsch erzählt habe. So wie es mir öfter passiert und wie es mir hoffentlich jetzt nicht passieren wird. So Martin, du kannst jetzt auch ein bisschen zurücklehnen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen in die Erzählerhaltung gehen und euch ein bisschen was über Dominaria erzählen. Und das ist deutlich mehr als sonst. Ich versuche es trotzdem kurz zu halten, sodass ihr einen Überblick bekommt und irgendwie mitreden könnt. Diesmal passiert etwas Besonderes und deswegen muss ich auch viel erzählen. Wenn ihr diese Karten anschaut und wenn ihr den Titel des Sets lest, dann steht da Krieg der Brüder. Brothers War. Wenn ihr euch die Lore durchlest, dann geht es dort um ganz, ganz viel, aber kaum um diesen Krieg der Brüder. Denn der Krieg der Brüder, der wurde schon viel früher in der Geschichte von Magic erzählt. Also die Geschichte von Ursa und Mishra, die sich bekriegen. Ich werde die gleich nochmal kurz zusammenfassen. Die ist schon viel, viel älter. Und was die jetzt gemacht haben ist, die Karten erzählen zwar ganz, ganz viel über den Krieg der Brüder und auch ein bisschen was über die aktuelle Lore. Aber die Geschichte selber, die setzt an an einem Punkt, wo wir bisher noch nicht viel drüber wissen. Nämlich was passiert nach dem Krieg der Brüder und das ist ganz spannend. Und in diesen zwei Blöcken, was ist der Krieg der Brüder und was passiert nach dem Krieg der Brüder und was passiert in unserer Gegenwart, in der wir mit der Gatewatch gemeinsam fiebern, ob sie die drohenden Phyrexianer abwehren können. Was da passiert, das erzähle ich euch jetzt. Wir fangen an mit dem Krieg der Brüder. Kurze Zusammenfassung, kurzer Rückblick. Also Ursa und Mishra. Die beiden sind geboren im Jahre Null. Der Konflikt zwischen den beiden, der Krieg ist nämlich so legendär geworden, dass man später in der Geschichtsschreibung gesagt hat, dass die so zentral sind für das komplette Schicksal Dominarias, dass man einfach auf deren Geburt das Jahr Null gelegt hat. Wichtig ist zu wissen, dass schon früh ihre Mutter gestorben ist. Der Vater hat eine neue Frau bekommen und die Stiefmutter drang dann darauf, dass die beiden Kinder abgegeben werden. Sie wurden nämlich dann in die Hände der befreundeten Archäologin Tocasia gegeben. Ursa und Mishra, die halfen ihr nun bei den Ausgrabungen, die sie gemacht hat. Die waren ziemlich fasziniert. Denn Tocasia hat alte Thran-Technologie ausgegraben und quasi in der Technologie dieser vergangenen Kultur nachgeforscht, um herauszufinden, was konnten die alles. Und die waren der Zeit, in der Ursa und Mishra gelebt haben, weit überlegen. Und deswegen war das so ein bisschen, wir graben so Hightech-Sachen aus. Martin, wenn du irgendwas hörst, was ich erzähle, was Quatsch ist, unterbrich mich sofort. Denn ich vergaloppiere mich ja sicherlich öfter mal. Unterbrich mich daher bitte, ja. Ich habe bloß gerade gelesen, die Fran sind die, im Deutschen spricht man das Santran aus. Sprich mal das auch Fran aus. Ich werde heute ein ziemliches Denglisch machen, weil ich mir die ganzen Storys auf Englisch reinziehen musste quasi. Damals mir auch nicht die neuen, also die Bücher damals durchgelesen habe, die natürlich auch auf Deutsch rausgekommen sind, sondern mich ziemlich durch die englische Lohr gegraben habe. Deswegen werde ich von Ursa und Mishra und nicht von Urza und Mishra reden. Ich weiß, dass die Leute, die die Geschichten auf Deutsch gelesen haben, so diese Namen aussprechen. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich werde es einfach einheitlich versuchen, Englisch zu machen, auch wenn ich hier und da vielleicht daneben liege, bitte ich euch es mir zu verzeihen. Also die graben die alte Technologie aus. Und Ursa und Mishra waren einfach von vornherein einfach ziemlich unterschiedliche Geschwister. Ursa vielleicht eher der kühle Stratege und der auch dieser schmutzigen Arbeit der Ausgrabung eher ferngeblieben ist. Und Mishra einer, der sich so impulsiv hat sich unter das Volk geschmissen hat. Und ja, vielleicht hier und da auch wie wir dann später im Verlauf merken, vielleicht ein bisschen zu impulsiv agiert hat. Der hat eng mit den Falaji gearbeitet. Das waren so die, so ein Volksstamm, die bei den Ausgrabungen geholfen haben. Und im Laufe der Jahre sind diese beiden Brüder sich immer fremder geworden. Ihre Faszination für Technologie ist immer gleich geblieben, aber die persönlichen Meinungsverschiedenheiten wurden immer größer. Und irgendwann haben sie dann in den Höhlen von Koilos einen mächtigen Kraftstein gefunden. Kraftsteine, Powerstones, das ist quasi die große, die wichtige Energiequelle der Thrans. Und da finden sie einen ganz besonderen. Und wie sie den finden, ja, zerteilen sie, zerbrechen sie den versehentlich in zwei Teile. Und das ist dann auf der einen Seite der Mightstone und der Weakstone. Irsa hat den Mightstone in der Hand, der Dinge mächtiger macht. Mishra hat den Weakstone in der Hand, der Kreaturen oder potenzieller Angreifer, erschwächt. Und die wollen beide aber den kompletten Stein haben, ja, weil sie dem ziemlich große Macht zusprechen und wollen natürlich diese Macht jeweils jeder für sich alleine haben. Und es kommt zu einem riesigen Streit. Und in einem dieser Streits wirft Tokasia sich zwischen die beiden und wird getötet quasi ihre Ziehmutter sozusagen, die sie beide sehr, sehr schätzen. Sie sind super geschockt darüber, geben sich beide gegenseitig die Schuld und Mishra flieht. Über die nächsten Jahre hinweg viele, viele Umwege, die ich jetzt alle nicht erzählen werde, wächst dieser Konflikt, ja, zu einem Krieg. Mishra, der mit den Falaji durch die Lande reist und versucht, die Stämme Dominarias zu vereinen und eigentlich ziemlich auf Kriegszug dann auch ist, ja. Und Irsa, der, ja, irgendwann sich in der Rolle befindet, dass er, ja, mächtig eine machtvolle Familie eingeheiratet hat und mit seinen mächtigen Maschinen auch Mishra irgendwie gegenübersteht. Die bilden quasi sehr, zwei sehr große, starke, widerstreitende Parteien, die, ja, Dominaria, ja, Mishra, der so ziemlich über Dominaria hinwegfliegt und Irsa, der sagt, nein, halte ein und so, das ist alles Quatsch, was du machst und ich werde dir Einhalt gebieten. Aber es gibt noch mehr, es gibt noch mehr Parteien in diesem Konflikt. Nämlich gibt es da noch den dritten Weg, Third Path. Das sind nämlich Leute, die sagen, hey, warte mal, es gibt doch noch andere außer Irsa und Mishra. Wir können doch auch irgendwie vielleicht alternativ diesen Konflikt lösen, ohne die beiden. Und es gibt natürlich noch die Phyrexianer, die eigentlich nur Irsa und Mishra beseitigen wollen, um Dominaria unter ihre eigenen Fittiche zu bekommen. und die Macht, die Kontrolle über Dominaria erhalten möchten. Die haben natürlich ihre ganz eigenen Wege. Gix, einer der großen Phyrexianer, der schafft es tatsächlich, sich an Mishra ranzuwanzen und ihn davon zu überzeugen, sich selbst mit der Technologie, die die Phyrexianer bereit erhalten, zu verbessern, zu ergänzen, zu einer vollendeten, kompliteten Kampfmaschine zu machen. Und Mishra geht diesen Deal ein. Und am Höhepunkt dieses Konfliktes setzt Irsa den Silex ein. Von dem Silex habt ihr vielleicht in der aktuellen Story schon was gehört. Der Silex ist eine Art Waffe, der Thran. Der hat eine wahnsinnig vernichtende Wirkung. Es ist nicht wie eine Bombe, die explodiert und dann kaputt ist, sondern es ist ein Artefakt, was quasi eine Art unfassbare Energiewelle ausschickt und eine ziemlich zerstörerische Wirkung hat. Es ist quasi Atombombe. Es ist so eine Art Atombombe, aber der Silex geht nicht kaputt davon. Der Silex bleibt bestehen. Deswegen hat den ja auch gerade Kahn ausgegraben, wie wir in Dominarias Bund gehört haben und hat jetzt diese Waffe in der Hand. Und man hofft natürlich auch in der Gegenwart, in der erzählerischen Gegenwart Magix, dass man sich den Silex zu Nutzen machen kann, um die Phyrexianer abzuwehren. Dieser Silex hat damals Mishra getötet und in dieser Explosion, nenne ich es mal, wurde mehr oder weniger auch Ursa getötet. Allerdings ist der in dem Moment seinen Funken, wie sagt man, gesparkt, seinen Funke übergesprungen und er ist zum Planeswalker geworden. Hat das überlebt, dann auf mehrere tausend Jahre auf Dominaria gelebt und unter anderem war er dann später ja auch der Lehrer von Tiferi. Diese zerstörerische Kraft Dominaria, ist das vielleicht noch ganz interessant zu wissen, diese zerstörerische Kraft des Silex hat Dominaria dann in die Eiszeit geworfen, die wir im Set Ice Age und Cold Snap und wie sie alle heißen, dann erlebt haben. Okay, das ist der Rückblick zum Krieg der Brüder, die da mit ihren großen Kampfmaschinen gegeneinander aufrüsten, antreten. Die rüsten sich immer weiter auf. Auf Ursa's Seite die großen Thopter, die mit ihm unterwegs sind. Da gibt es ein paar ganz tolle Karten, wo ihr großartige Visualisierungen dieses Kriegs sehen könnt. Und viele Karten des aktuellen Sets schließen so ein paar visuelle und erzählerische Lücken und spielen auf die Ereignisse der vergangenen Geschichte an. Die Geschichte allerdings, die beginnt quasi genau an diesem Ende, wo alles vorbei ist und erzählt von dort aus weiter. Wir haben im Grunde zwei Zeitlinien, die wir hier verfolgen. Zum einen ist es die Welt Dominarias, damals direkt nach dem Krieg der Brüder, wie sie sich dort weiterentwickelt, was dort passiert, was dort die umherziehenden Gruppen quasi erreichen wollen. Da gibt es beispielsweise eine Gruppe, die den Gott Tal oder die Taliten nennen die sich, die quasi gegen jegliche Form von Technologie sind, quasi gebrannt markt durch diese extreme Aufrüstung, technologische Aufrüstung der beiden Brüder, wollen die nun jegliche Technologie vernichten. Dann haben wir Kyla, die eine sehr, sehr interessante Figur ist, die ehemalige, ja die Ex-Frau oder immer noch Frau von Ursa oder von der alten Form von Ursa, die aber ziemlich abgewandt war und das ist auch ganz schön schrecklich, fand alles, die vielleicht auch mal ein Techtelmechtel mit Mischra hatte tatsächlich, aber die hat sich ziemlich emanzipiert von diesen ganzen Männergelagern und ist eine sehr interessante Frau und die entdeckt plötzlich Magie in sich und dass sie Feuerzauberkräfte besitzt. Das ist eine total spannende Geschichte. Aber der Hauptteil dieser Story, der findet quasi in unserer sozusagen Magic Gegenwart statt. Wir erinnern uns, die Phyrexianer greifen an, die haben sich auf Dominaria eingenistet, Schiol-Trett ist dort am Start, Rona hilft denen, haben es geschafft, Adjani zu kompleten, haben Karn geraubt und nach Phyrexia gebracht und Elish Norn, die dort an der Macht ist nach wie vor, die holt nun zum vernichtenden Schlag aus. Karn hatte den Silex ausgegraben und wollte jetzt eigentlich nur in Erfahrung bringen, wie der benutzt wird, weil dieses alte Artefakt ein bisschen Rätsel aufgibt, wie es überhaupt eingesetzt werden kann. Dabei ist er gescheitert und der Silex wurde zerstört. Jetzt kommt aber eine Figur ins Spiel, die für diesen Teil der Story wichtig ist und zwar Sahili, die kennen wir doch aus Kaladesh. Und die hat aufgrund der Pläne, die Karn entdeckt hat, konnte die eine exakte Replik des Silex anfertigen. Und das wollen wir jetzt technologisch nicht weiter hinterfragen, wie das geht, ohne dann zu wissen, wie das Ding funktioniert. Es hat sie einfach gemacht. Das ist so ein bisschen das Stück Magie, was wir bei Magic akzeptieren müssen, auch wenn hier von Technologie die Rede ist. Aber wir haben hier etwas, was so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen Technologie und Magie fungiert. So, jetzt sitzen sie da, die Phryxianer greifen an, haben den Silex, wissen nicht, wie der funktionieren soll. Karn ist weg, Ajani ist weg. Was machen die nun? Jetzt wird ein Plan geschmiedet und zwar Teferi, der ja der Planeswalker ist, der gut mit Zeitmagie hantieren kann. Kaya, die sozusagen die Geisterbeauftragte in der Gatewatch und Sahili, die Technologiebewanderte unter den dreien, die haben den Plan und zwar schmieden die einen Zeitanker, der sich Temporal Anchor. Um herauszufinden, wie der Silex funktioniert, wollen sie in die Zeit zurückreisen, aber um zu verhindern, dass Teferi quasi dieses Zeitgefüge stört, schicken sie ihn als Geist quasi zurück. Dafür ist Kaya verantwortlich. Sahili baut dieses Ding, man nutzt Teferi's Zeitmagie und Kaya's Fertigkeit, quasi sich mit Geistern zu verbinden, denn wenn Teferi's Körper bleibt da, sein Geist wird zurückgeschickt und Kaya soll quasi eine Verbindung herstellen mit seinem Geist, um an diese Informationen, die Teferi sammelt, quasi live ranzukommen, wie so eine Telefonverbindung, kann man sich das vorstellen. Oder wie bei Assassin's Creed. Oder wie bei Assassin's Creed, ja, das kann, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das kommt dem schon ziemlich nahe, das stimmt. So, das machen die und probieren es auch immer wieder und Teferi springt immer wieder in falsche Zeiten hinein, weil das nicht ganz so genau funktioniert. Das ist nicht so, wo man so ein Drehrad hat und ein Jahr eingibt und dann landen sie dort und selbst wenn sie es tun könnten, wissen sie nicht genau, wann wurde der Silex genau eingesetzt. Also Teferi ist auf der Suche und das geht auch zu Lasten dieser Maschine und des Kraftsteins in dieser Maschine. Währenddessen zu gleicher Zeit in New Phyrexia erfahren wir, was Illeschnorns Plan ist. Und zwar haben wir ja mitbekommen, dass sich der ein oder andere Phyrexianer in den letzten Sets verborgen hat. In Kamigawa, in Yucca Penna und vor allem in Kaltheim. In Kaltheim haben sie nämlich, ich würde es mal sagen, einen Ableger des Weltenbaums geklaut. Ich bin gerade überrascht, weil eigentlich stand da drin, dass Vorin Klecks Harz des Weltenbaums gestohlen hat. Harz? Kann auch sein, dass es Harz ist. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Also auf jeden Fall irgendetwas, was den Phyrexianern ausreicht, um sich einen eigenen Weltenbaum zu klonen, neu zu züchten. Denn der Weltenbaum, der ist ja quasi, der reicht bis in den Kosmos und verbindet verschiedene Welten miteinander. Und der Plan der Phyrexianer ist es nun, mit einem eigenen Weltenbaum sozusagen Instanzzugriff auf das Multiverse zu haben. Um sich dann quasi dort überall auszubreiten und die Herrschaft über das Multiverse zu erlangen. Also das gesamte, das ganze Schicksal des Multiverse steht auf dem Spiel. Elish Norn lässt sich Kahn liefern. Der wird vorher noch schön demontiert, auseinandergenommen, lebt aber noch. Tesseret ist hierbei aktiv. Der, der eigentlich auf Seiten der Phyrexianer agiert, distanziert, hat sich aber mittlerweile von denen distanziert und lässt schon heimlich der Gatewatch immer wieder Informationen zukommen, was passiert. Der befehle ich da auch einige Truppen der Phyrexianer und befehle ich die Truppen auch so, dass er die ziemlich ins offene Messer der wachsenden Gatewatch schickt, weil Tesseret möchte gern von den Phyrexianern ja ein körperliches Upgrade erhalten, damit es sich frei von der in ihm gepflanzten Planer Bridge bewegen kann. Tesserets Geschichte ist sicherlich auch super interessant. Lest euch die gern mal durch. Gut, die Phyrexianer halten ihn aber hin, er liefert Kahn ab, kriegt trotzdem nicht, was er möchte und sein Hass gegenüber Elish Norn und diesen ganzen Phyrexianern wächst. Auf Seiten der Gatewatch ist zu vermerken, dass immer mehr Planeswalker zusammenkommen. Ein bisschen wie bei War of the Spark. Wir haben Nissa und Chandra, die auftauchen. Elsbeth spielt eine Rolle. Jace ist da. Selbst Nahiri kommt mit. Die Professorin Onyx. Die, pssst, Liliana. Und, wer hätte es gedacht, aber, habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Und sogar Luca ist da. Und Luca, kennst du den noch? Ja, wow. Das ist der Typ, von dem man nicht wusste, wie er nach Strixhaven gekommen ist, was er da überhaupt tun sollte und von dem weiß man auch nicht, wie er jetzt plötzlich dort gelandet ist. Und es gibt so ein paar Mutmaßungen, ob der vielleicht nicht ein Sleeper Agent sein könnte. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls seltsame Gestalt und der tritt auch ein bisschen zwielichtig auf in dieser Geschichte. Okay, es wird sich zeigen, aber es werden mehr die Gatewatch. In dieser Geschichte tritt er ein bisschen zwielichtig auf, im Gegensatz zu den anderen Geschichten. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Okay, ich wollte ja einen kurzen Zusammenfass. Nee, ist wunderbar. Aber ihr seht schon, diese ganzen Storys kommen hier zusammen. Vielleicht mal ganz kurz zwischendurch, bevor du jetzt gleich das Finale ablieferst. Diese Storys kann man auch natürlich alle nachlesen. Leider nur auf Englisch wieder. Und die sind geteilt. Das hat mir auch nochmal Alex aus unserer Playgroup erklärt. Also es gibt quasi diesen einen Teil, der in der Vergangenheit spielt, so nach dem Krieg der Brüder. Da kann man so ein paar Episoden lesen. Und dann gibt es aber auch noch eine parallele Geschichte, die man dann quasi in den Side-Stories lesen kann, die sich mit dem beschäftigen, was du gerade beschreibst, also was die Gatewatch gerade macht. Und genau, also insgesamt zehn Texte, die man lesen kann. Ja, das ist echt viel. Die lesen sich auch gut. Also es ist ja immer so ein Auf und Ab, wie die Magic-Stories geschrieben sind und manchmal so ein bisschen arg Comichaft, für mich ein bisschen arg zu One-Liner-mäßig. Aber die lesen sich wirklich sehr, sehr gut und ernsthaft. Und es ist eine Empfehlung, das auch wirklich nochmal nachzulesen. Okay, mach gerne weiter und erzähl, wie was passiert. Also ein Teil des großen Finales ist es, dass Teferi immer wieder versucht, zurückzureisen und irgendwann den Punkt findet, wo er weiß, dass der Silex eingesetzt wird. Aber er weiß auch, dass er zieht sich quasi raus, kurz bevor er sein Geist durch den Silex mehr oder weniger ja zerstört werden konnte, weil er sich nicht sicher ist, was passiert, wenn er jetzt in dieser Druckwelle des Silex steht. Was passiert mit seinem Geist? Was passiert mit seinem Körper? Großes Risiko. Aber er weiß auch, dass er diesen Punkt überschreiten muss, dieses Risiko eingehen muss, um mehr darüber herauszufinden. Er schafft es, also er reist also nochmal zurück, kurz bevor auch dieser Zeitanker kollabieren kann oder kollabiert. Was heißt kollabieren kann? Also der Sahili sagt schon mal, du kannst es eigentlich nicht nochmal riskieren, er macht es trotzdem und schafft es aber tatsächlich, in die Zeit zurückzureisen, in dem Moment, wo der Silex aktiviert wird, wo dessen extreme Energie ausgeht. Er schafft es, die Zeit zu verlangsamen und spricht quasi mit Ursa in dem Moment, wo sich sein Körper aufgrund der Kraft des Silex vaporisiert und quasi er sich in einen Planeswalker verwandelt. Wie genau man sich das bildlich vorstellen kann, kann ich nicht so richtig beschreiben, aber es ist ein ganz interessanter Moment. Die beiden sprechen jetzt miteinander. Teferi, der einstige Schüler von Ursa, spricht mit Ursa in dem Moment, wo er zum Planeswalker wird quasi und er erfährt, dass der Silex weder durch Magie benutzt wird, noch durch Technologie aktiviert werden kann, sondern es braucht eine Person, irgendeine Person und diese Person muss quasi ihre gesamte Energie irgendwie in diesen Silex fokussieren und Ursa schaffte das eben mittels einer bestimmten speziellen Meditation, die er von Hercule erlernt hat, einer Magierin, Frau, einer Frau von Dominaria, von der er offenbar dieses Wissen erlangt hat. Zu der gibt es auch eine tolle Magic-Karte. Okay, also sie wissen jetzt, der Silex, wie der Silex bedient wird, weil Kaya ja genau das mitbekommt, was Teferi in dem Moment mitbekommt. Also Teferi muss erst nicht zurückkommen, um davon zu erzählen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Der Powerstone dieser Maschine des Zeitankers implodiert, die Verbindung bricht ab und Teferis Körper, der in so einer Art Sarg liegt bei der Gatewatch, der bleibt dort leblos liegen und sein Geist ist verschollen in der Zeit. Keiner weiß wo, keiner weiß wie. Man weiß nur in einem kleinen Epilog, dass Teferi bei Bewusstsein ist, dass sein Geist in irgendeiner Form überlebt hat. Er ist sogar bei körperlichem Bewusstsein, er erwacht an einer Art Strand und spürt diesen Strand auch, anders als es eine Geisterform sonst tun kann. Aber er hat keine Ahnung, wann das passiert, wo er, also in welcher Zeit er ist, wo er ist. Und er hat natürlich eine riesengroße Angst, den Zeitverlauf zu beeinflussen in irgendeiner Form. und ja, für diese Geschichte, immer bei so Zeitreise-Geschichten, Örsa kann sich auch nie erinnern, mit Teferi in diesem Moment gesprochen zu haben später. Diese Erzählung gab es quasi bisher noch gar nicht. Ob die das jetzt damit begründet haben, dass es einfach in diesem Moment des Sparks quasi passiert und damit auch erklärbar ist, weshalb Örsa sich später als Planeswalker nicht daran erinnern kann, sei jetzt mal dahingestellt. So endet diese Geschichte. Das heißt, sie wissen jetzt, wie sie den SideX bedienen können, mehr oder weniger, aber es ist leider nicht einfach nur ein Schalter, den sie umlegen können, sondern die Reise geht ja noch ein bisschen weiter und das große Finale wird uns erst in einem der nächsten Sets quasi ereilen. Wow, da ist ganz schön viel los. Also, ich hoffe, ihr seid jetzt auch auf dem aktuellen Stand, weil das hilft natürlich auch zu verstehen, was man in diesem Set jetzt spielt, mit was man spielt, wo man sich befindet. Auf den Karten im Set ist man natürlich, glaube ich, ausschließlich in der Vergangenheit unterwegs? Nein, nein, man ist in allen möglichen Zeiten unterwegs. Das macht es ein bisschen verwirrend, meines Erachtens, aber ich finde, man hat das super gut getroffen mit ganz vielen Karten, die ganz konkrete Momente, Punkte, Personen dieser Geschichte quasi zitieren oder nochmal aufgreifen, sodass man eigentlich einen sehr schönen Überblick bekommt. Man muss ja auch sagen, wir haben 40 Story-Spotlight-Karten. Ich glaube, so viel wie noch nie und die erzählen super viel über die Story. Ich würde nach wie vor gerne wissen, welche Reihenfolge die gedacht sind. Man kann sich da so ein bisschen zusammenreimen. Es ist super viel Geschichte. Es ist einfach ein Set, was von Story und von Lore noch nur so strotzt. Man hat das Gefühl gehabt, die wussten gar nicht, wohin mit ihrer ganzen Geschichte und haben natürlich alle Möglichkeiten des vertikalen, horizontalen, fragmentarischen Erzählens genutzt, um viel von dieser Geschichte hier auch unterzubringen. Und das ist meiner Meinung nach gelungen. Es ist wirklich spannend. Ich habe das Gefühl, wir schauen hier in einen reichhaltigen Kosmos hinein. Es macht Spaß, das zu lesen. Es macht Spaß, denen zuzugucken. Wir erfahren sehr viele Details über Personen, die bisher wenig beleuchtet wurden. Kaila zum Beispiel. Wir erfahren zum Teil mehr über Sahili, als wir damals in Kaladesh über sie erfahren haben und über ihre Beziehung zu Gonti und ihrer Familie und so. Wir erfahren mehr über Tesserets. Es macht wirklich Spaß, in diese Story hier reinzuschauen, sich diese ganzen Details zu ziehen und die Karten gewinnen dadurch. Kann ich hier auf jeden Fall nur so sagen. 40 Story-Spotlight-Karten hat man lange nicht. Das passt wirklich auch. Er hat mal drei in einem Set, das muss ich mir mal vorstellen. Das passt auch ganz gut zu dieser ausführlichen Geschichte. Ich würde sagen, im Gegenzug kannst du dich jetzt mal kurz zurücklehnen und ich gehe mal ein bisschen auf die Mechanismen ein und wir versuchen mal dann am Schluss rauszufinden, wie gut die jetzt diese Geschichte getroffen haben. Gut, fangen wir an. Also wir haben natürlich wieder neue Mechanismen im Set und die erste ist Prototyp. Prototyp ist eine Eigenschaft von einer Kreaturenkarte, die man dann hauptsächlich anders wirken kann. Also es ist quasi, wir haben es uns so erklärt, Kicker umgedreht. Also man hat quasi Standardwerte für die Karte, also Mana-Kosten, Stärke, Widerstandskraft. Das sind Artefaktkarten, das heißt, es ist meistens farbloses Mana, was dafür bezahlt wird. Es gibt aber auch ein zweites Set von Eigenschaften für jede von diesen Prototyp-Karten. Das ist die Prototyp-Fähigkeit. Also da ist die Maschine noch nicht so ganz ausgereift, sondern man hat die einmal so Probe entwickelt und die hat dann eben alternative Werte für Mana-Kosten, Stärke und Widerstandskraft. Die Karte hat aber in jedem Fall ihre Eigenschaften aus der Textbox. Und man entscheidet sich jetzt, in dem Moment, wo man sie spielt, was man denn jetzt wirken möchte. Ob man jetzt die große Kreatur wirken möchte oder ob man den Prototyp wirken möchte. Und je nachdem kommt die dann eben auch anders ins Spiel und ist dann anders stark und anders widerstandsfähig. Solange sie sich im Spiel befindet oder auf dem Stack, hat sie die Prototyp-Eigenschaft, wenn man sie für den Prototyp gewirkt hat. In allen anderen Orten und Situationen hat sie ihre regulären Eigenschaften. Das vielleicht noch zu beachten. Also es ist im Prinzip tatsächlich so ein bisschen vergleichbar wie Kicker. Hat dann auch gegebenenfalls eine Farbe, wenn sie im Spiel ist als Prototyp, im Gegensatz zu farblos. Kann vielleicht auch nochmal einen Einfluss haben aufs Spiel und ist vielleicht auch ganz, ganz, ganz witzig, wenn man damit hantiert und spielt und guckt, wann kann ich jetzt am besten den Prototyp wirken und wann mache ich die große Maschine. Eine Karte, die Prototyp hat, ist zum Beispiel der Felsenzweig-Golem. Der kostet sieben farblose Mana für eine 6-5-Artefakt-Kreatur Golem und wenn der ins Spiel kommt, erhältst du Lebenspunkte in Höhe seiner Stärke dazu, also im klassischen Fall 6. Du kannst ihn aber auch für seine Prototyp-Kosten wirken, dann kostet er 3 und ein grünes, also insgesamt 3 Mana weniger, ist dann dafür aber auch nur eine 3-3 und ist eben grün und gibt dir dann eben auch nur 3 Lebenspunkte, wenn er ins Spiel kommt. Da sieht man mal so ein bisschen, je nachdem, in welchem Stadium das Spiels man ist, kann man sich jetzt überlegen, spiele ich ihn jetzt oder warte ich noch und kriege dann später die 6 Leben und das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Prototyp-Mechanismus. So, dann haben wir Kraftsteine. Geis hat es gerade schon erzählt, es gibt diese magischen Steine, Mishra und Irsa haben sie gefunden und die dienen so ein bisschen als Energiequelle und haben Eigenschaften, die halt diese großen Maschinen und Mechs antreiben und die kommen durch mehrere Karten ins Spiel und wenn sie ins Spiel kommen, sind sie ein farbloses Artefakt, das für ein farbloses Mana getappt werden kann. Das Mana kann aber nicht ausgegeben werden, um nicht-Artefakt-Zaubersprüche zu wirken, du kannst sie aber für alles andere benutzen. Also du kannst sie zum Aktivieren von Fähigkeiten benutzen oder eben natürlich auch für Artefakte. Eine Karte, die so ein Artefakt macht, ist zum Beispiel der gehörnte Steinsammler, ist eine Kreatur Eidechse, kostet 1 und ein rotes ist eine 2-2, hat bedrohlich und wenn der gehörnte Steinsammler ins Spiel kommt, dann erzeugt er einen getappten Kraftstein-Spielstein. Ist auch schön im Deutschen, Kraftstein-Spielstein. Und der Kraftstein-Spielstein ist eben ein Artefakt, das du tappen kannst für ein farbloses Mana und dieses Mana kann nicht ausgegeben werden, um ein Nicht-Artefakt-Zauberspruch zu wirken. Genau, da sind sie ein bisschen vorsichtig geworden, glaube ich, was Artefakte, die Mana machen, erzeugen könnten. Diese Einschränkung können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie gut das gelungen ist. Kommen auch immer getappt ins Spiel. Ja, genau, also man ist da schon, glaube ich, sehr vorsichtig geworden. Dann ein Mechanismus, der wiederkehrt, ist Exhumieren. Das ist eine aktivierte Fähigkeit, die ist jetzt auch auf Artefakt-Kreaturen möglich. Früher war das nur auf Kreaturen möglich, jetzt ist es auch auf Artefakt-Kreaturen möglich und die kann nur aktiviert werden, diese Fähigkeit, wenn die Kreatur oder die Karte sich im Friedhof befindet und auch nur wie eine Hexerei. Und für die Exhumieren-Kosten kommt die Kreatur dann eben nochmal ins Spiel, erhält Eile und zu Beginn des nächsten Endsegments wird sie ins Exil geschickt. Und falls sie vorher aus irgendeinem anderen Grund, zum Beispiel durch Schadenszauber oder Zerstörung das Spiel verlassen würde, wird sie auch ins Exil geschickt. Eine Karte, die das zum Beispiel hat, ist der Schrottgebastelte Köter für zwei Farblose, für eine 2-1-Artefakt-Kreatur Hund. Und wenn der Schrottgebastelte Köter ins Spiel kommt, kannst du eine Karte abwerfen, falls du dies tust, ziehe eine Karte. Da merkt man auch schon immer, dass die Karten mit Exhumieren auch immer so eine Änder-the-Battle-Field-Effekt haben. Und der hat eben auch Exhumieren für eins und ein Rotes, also kommt hier auch nochmal ein farbiges Mana ins Spiel. Das heißt, für eins und ein Rotes kannst du diese Karte aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Sie erhält Eile, schicke sie zu Beginn des nächsten Endsegments oder falls ihr das Spiel verlassen würde, ins Exil. Und Spiele exhumieren wie eine Hexerei. Das ist die Einschränkung. Großartige Illustrationen von Siddharth Statovedi, muss ich mal kurz erwähnen. Stimmt. Also der Schrottgebastelte Köter ist überhaupt eine sehr lustige Karte, auch vom Namen her. Ja. Dann gibt's insgesamt, glaube ich, sechs Karten, die Melt haben, verschmelzen. Auch ein wiederkehrender Mechanismus. Und das ist ein Mechanismus, auf den Geist sich, glaube ich, sehr, sehr lange gefreut hat, dass der wieder ins Spiel kommt. Der hat auch vorausgesagt und es ist ihm gegönnt worden. Dazu sage ich gleich noch was. Stell das mal vor. Melt fügt quasi zwei Karten zu einer riesigen neuen Karte zusammen. Und es gibt eben drei Verschmelzenpaare in dem Set. Irsa, Mischra und Titania. Und auf den Karten ist dann immer auch draufgeschrieben, wie diese Verschmelzung funktioniert. Ich mache das gleich mal an einem Beispiel. Wenn die Karten verschmolzen werden, gehen die Einzelteile ins Exil und kommen dann als neue, verschmolzene Karte, große Karte wieder ins Spiel zurück und werden da auch so behandelt, als wäre es eine Karte, die nur sehr, sehr groß ist. Wenn die Karte dann stirbt beziehungsweise vernichtet wird und in den Friedhof gelangt, dann kommt sie da auch wieder als zwei Einzelteile in den Friedhof. Also man hat da nicht eine auffällig große Karte im Friedhof liegen, sondern die zwei Einzelteile wieder. So, dann machen wir mal ein Beispiel. Vielleicht machen wir mal Titania, weil von der hat man noch gar nicht so viel gehört. Titania ist erstmal Stimme von Gea für eins Grünes und Grünes, also drei Männer insgesamt für eine drei, vier legendäre Kreatur Elementarwesen mit Reichweite. Und immer wenn ein oder mehrere Länderkarten von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt werden, erhältst du zwei Lebenspunkte dazu. Und zu Beginn deines Versorgungssegmentes und falls sich vier oder mehr Länderkarten in deinem Friedhof befinden und du sowohl Titania, Stimme von Gea, als auch ein Land namens Argoth, Heiligtum der Natur, besitzt und kontrollierst, schicke beide ins Exil und verschmelze sie dann zu Titania Geas Inkarnation. Genau, dann gibt es eben noch dieses Land, Argoth, Heiligtum der Natur, und es kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst eine andere, eine legendäre grüne Kreatur. Und wenn du eben dieses Land hast und Titania, dann verschmelzen beide zusammen zu Titania Geas Inkarnation. Kommt dann zurück als große Karte. Ja, wirklich groß in jeglicher Hinsicht. Und ist eine legendäre Kreatur, Elementarwesen-Avatar mit Sternstern, stärke Widerstandskraft, hat Wachsamkeit, Reichweite, Trampelschaden und Eile. Und Power und Toughness sind eben gleich deine Anzahl von Ländern, die du kontrollierst. Und wenn Titania ins Spiel kommt, dann bringe alle Länderkarten vom Friedhof ins Spiel getappt zurück. Und du kannst drei und ein grünes bezahlen und dann legst du vier plus eins plus eins auf ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst. Und es wird so eine 0-0-Elementarwesen-Kreatur mit Eile und ist immer noch ein Land. Also schon mächtig, was da passiert. Habe ich mir natürlich auch jetzt gerade die Karte rausgesucht mit dem meisten Text. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Aber du hast zumindest einen Eindruck davon, was Verschmelzen macht. Aber du bist natürlich wahrscheinlich bestens im Bilde, was Verschmelzen macht und möchtest gerne bestimmt noch was dazu sagen zu deiner Lieblingsmechanik. Es schlägt ein Mindstone, ein Weakstone in meiner Brust. Ich freue mich erstmal tierisch, dass der Mechanismus zurück ist und ich das ja schon letztes Jahr, als sie es angekündigt haben, Brothers War, habe ich ja schon gesagt, das wird das Set sein, wo Melt wieder zurückkommt, wo man sich dann, Achtung, und jetzt kommt der falsche Teil meiner Voraussage, große Maschinen zusammenbauen kann. Nee, leider falsch. Und ich habe mich auch noch gestützt auf Aussagen von Mark Rosewater vor ein paar Jahren, wo er gesagt hat, hey, er will Melt auf jeden Fall mal zurückbringen, aber wenn er es zurückbringt, dann muss es auch relevant für Limited sein. Also muss es auch auf Common- und Ankommen-Ebene eine Rolle spielen. Tja, wir haben sechs Karten, die sind, glaube ich, alle Rare und Mythic Rare. Mhm, genau. Und schön, dass es das gibt und dass dieser Kanon von Meltkarten erweitert wird, aber ich finde es so traurig, dass sie es nicht so umgesetzt haben, wie ich mir das gewünscht hätte, denn ich könnte mir vorstellen, dass es den Plan gab. Es gibt nämlich in diesem Set einige riesige Artefaktkreaturen, die so sechs Mana, sieben Mana kosten, warte mal, ich scrolle mich mal durch, hier acht Mana, neun Mana, wirklich wahnsinnig tolle, riesige Artefaktkreaturen, Konstrukte, die eben im Krieg der Brüder gegen einen anderen angetreten sind. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man die vielleicht mal in irgendeiner Form, in irgendeinem Punkt des Designs mit Melt ins Spiel bringen sollte, hätte ins Spiel bringen sollen. Ich kann nur hoffen, dass sie es vielleicht jetzt, wo sie es angefangen haben, mal reinzubringen, vielleicht in einen der nächsten Sets reinbringen, aber ich zweifle dran. Ich denke mal, Melt wird ein Mechanismus bleiben. Der spielt ja auch für Commander keine große Rolle. Der lohnt sich nur, wenn man wirklich vier Karten jeweils von jeder Karte spielen kann. Aber ich hatte so gehofft, dass hier was dabei ist, was vielleicht sogar relevant für Popper sein könnte. Ich bin ein bisschen enttäuscht und freue mich aber trotzdem gleichermaßen. Es gibt ja noch die Transformers-Karten, die auch noch in den Boostern auftauchen können. Da gibt es diesen Konvertieren-Mechanismus, wo du die dann eben in die andere Form bringst. Das ist aber mehr so eine Art Transformieren-Aktion. Das ist so eine abgeschwächte Geschichte. Und wie du schon sagst, also dass man jetzt im Draft wirklich beide Hälften von genau der einen Meldkarte aufmacht und den dann auch noch im Spiel zusammenfügen kann, ist, glaube ich, sehr, sehr viel Wunschdenken dabei. Und das finde ich auch schade, dass man dann eben nicht die Möglichkeit hat, diese doch sehr prominenten Mechanismus im Draft, also im Draft zu spielen, sondern das ist halt was für Constructed. Er ist halt nicht prominent gemacht worden. Und es scheint eine sehr bewusste, bewusst eingesetzt, nicht prominent gemacht worden zu sein. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier drin ist, warum es dieses Verschmelzen gibt, ob das nur dieser Punkt ist, dass dann der Power Stone und der Weak Stone in dem Moment, wo Ursa zum Planeswalker wird, vereinen sich quasi dieser Power Stone und Weak Stone in ihm und sind dann quasi in jeweils einem Auge von ihm. Das eine Auge leuchtet zu grün, das andere rot. Das liegt daran, dass da quasi in seinen Augenhöhlen sozusagen diese Power Stones irgendwie drin liegen, keine Ahnung, oder daraus leuchten. Da gibt es diese Illustrationen auf dieser einen Karte, die ihr sicherlich schon gesehen habt. Ich weiß nicht, ob sie allein deswegen Meld reingebracht haben, ob das etwas ist, was einen Schatten vorauswerfen soll auf künftige Sets, die da kommen. Ich kann es nur hoffen und vielleicht ist es ja etwas, was die Phryxianer zu eigen machen und denen vielleicht auch ein bisschen mechanische Identität noch gibt. Und ja, ich kann nur hoffen. Punkt. Aber ich lag richtig. Yay, ich hab's gesagt. Ich hab auch lange gesagt und zu sehr vielen Sets gesagt. Irgendwann muss es ja mal klappen. Lass uns mal noch ein bisschen über das Set sprechen. Ich hab erstmal noch eine kleine Statistik ausgegraben diesmal, beziehungsweise du kannst mal raten, falls du es nicht schon gelesen hast. Nein, ich hab's nicht gelesen. Also es ist ja Krieg der Brüder. Brüder. Nicht Brüderkrieg, was man vielleicht auch im Deutschen draus hätte machen können, aber gut. Ja, hätte ich auch besser gefunden. Ja. Ist es jetzt eben der Krieg der Brüder, Irsa und Mischra. Ja, ich hab mal geguckt, wie viele Karten Irsa im Titel haben oder Irsa erwähnen im Flavortext oder im Text generell und wie viele Karten Mischra. Kannst du mal schätzen, wie viele sind es beziehungsweise, falls du sagst, einer hat mehr, wer hat mehr? Ich würd sagen, Irsa hat mehr. Ist schon mal richtig. Weil er eher zumindest, er wird jetzt gerade als Held so ein bisschen dekonstruiert, was ich ganz spannend finde, was ich ganz cool finde. Dem wird es ein bisschen mehr Facette gegeben. Auch Mischra wird ein bisschen mehr Facette gegeben. Irsa mehr und ich würd sagen, zwölf Karten haben Irsa im Titel und so acht haben, sieben haben Mischra im Titel. Hast du dich um den Faktor 3 vertan? Oh, vier und eins? Nein, es gibt tatsächlich 33 Karten, die Irsa referenzieren. Ach, in die Richtung. Und 31 Karten, die Mischra referenzieren. Also man ist dann schon sehr gleich geblieben. Und es gibt 14 Karten, die Phyrexianer referenzieren. Immerhin auch. Ah ja, okay. Ich find's auch spannend, was du gerade gesagt hast, dass Irsa und Mischra so ein bisschen dekonstruiert werden. Ich find's auch in der Story schön, dass sich die eben auch um Kyla dreht, die eben jetzt mit diesen Überresten ihrer Welt zurechtkommen muss und versuchen muss, hier diesen Mangel zu verwalten, den die beiden Brüder da in ihrem Größenwahn angerichtet haben, dass man auch sehen will, dass Krieg eigentlich tatsächlich in dem Fall auch wieder von Männern angefangen wird und dass dann die Zivilbevölkerung beziehungsweise dann auch die Frauen dann zu Hause leiden und dann den ganzen Mist wieder aufräumen müssen. Also das finde ich auch schön, dass das mal referenziert wird. Also gerade auch tatsächlich in der Zeit, wo dieses Set jetzt auch erscheint, wo Krieg natürlich auch wieder eine große Rolle spielt in den täglichen Nachrichten. Ansonsten ist mir auch noch aufgefallen, dass das jetzt auch wieder mal seit langem ein Set ist, wo die Plane nicht genannt wird. Also es ist, man könnte es vielleicht auch wieder ein Event-Set nennen, wo so wie es Wizards mal gebrandet hat bei War of the Spark, du hast es auch schon genannt, kriegt der Brüder tatsächlich jetzt eher so ein übergreifendes Set, was sich jetzt zwar auf Dominaria abspielt, aber Dominaria nicht zum Thema hat. Also es ist halt einfach eine Reise zurück in die Vergangenheit, wo halt tatsächlich viel auf Dominaria passiert ist. Ja, es geht um Ereignisse, es geht um diese Geschichte, die dort stattgefunden hat, die jetzt stattfindet, das heutige, was mit dem Vergangenen irgendwie in Verbindung gebracht wird, die Phyrexianer, die über allem thronen und Dominaria ist der Schauplatz, aber der muss nicht mehr großartig erklärt werden, so wie es auf anderen neuen Planes der Fall ist, die wir das erste Mal besuchen. Wie findest du, sind die Mechanismen umgesetzt? Also exhumieren finde ich ja ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, warum das in diesem Set gelandet ist. Es bindet sich flavormäßig meiner Meinung nach nicht so gut an. Es hat so ein bisschen was von, wir spielen jetzt Archäologe und Archäologinnen und wir graben jetzt so ein paar Sachen aus und bringen die zurück ins Spiel nochmal um die alten, weißt du so, wir graben die alte Maschine aus, packen nochmal einen neuen Powerstone rein und schicken die in den Krieg, in den Kampf. Ich find Prototyp finde ich richtig gut, finde ich einfach sehr passend und wenn ich mir diese drei Mechanismen, quasi Prototyp, Kraftsteine, Melt, zusammen sehe, dann ergibt das für mich ein großes Ganzes, was meiner Meinung nach gut funktioniert. Exhumieren fällt dabei für mich ein bisschen raus. Macht mechanisch sicherlich Sinn, aber flavormäßig fällt es für mich ein bisschen raus. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn? Mir geht es auch so. Also ich glaube, dieses Thema Maschinen greifen an, wir sind im Krieg, alles ist so ein bisschen auf Konflikt aus, also mehr noch als bei sonst in Magic, das kommt relativ gut rüber, das hat sich mir auch erschlossen. Es geht viel um Artefakte, wenn ich mir die Karten angucke, da passiert viel mit Artefakten, man baut sich diese Artefakte vielleicht auch so ein bisschen zusammen aus den Kraftsteinen und die brauchen wir, um irgendwie Sachen anzutreiben. Also das greift schon alles schön ineinander. Wahrscheinlich greift auch Exhumieren schön ineinander, weil es gut spielen wird. Mir ging es aber auch so. Davon ist auszugehen, ja. Genau, mir ging es aber auch so, das passt nicht so richtig. Prototyp erschließt sich mir am besten von allen, finde ich einen schönen Twist von Kicker tatsächlich, weil es umgedrehter Kicker ist so ein bisschen, wird sich sicher auch gut spielen, weil Karten, die man früh gut spielen kann, die man spät gut spielen kann, die auch nochmal mit Farben das Ganze so ein bisschen gewichten und dass das dann nicht so eintönig wird, dass jeder alle großen Artefakte spielen kann, finde ich auch gut gelungen. Ja, also ist, glaube ich, ein schönes Set und ist auch runder aus meiner Sicht, als es War of the Spark war, so ein bisschen, weil es tatsächlich wieder ein bisschen klassischer ist, dieses in jedem Booster ein Planeswalker war schon so ein bisschen, hm, also da musste man schon, also manche Planeswalker waren dann einfach nicht gut. Aber ich fand es, also das trotzdem gut umgesetzt damals so ganz mechanisch, hat mir Spaß gemacht. Ich finde, hier fühlt es sich aber organischer an, obwohl es mit Artefakten hantiert. Ja, sie haben es auch geschafft, die ganzen alten, starken Artefakte wieder mit reinzubringen, ohne Standard und alle anderen Formate kaputt zu machen. Nämlich gibt es jetzt hier wieder so eine Art, ach man, ich vergesse es jedes Mal, Mystical Archive Karten. Jetzt komme ich wieder drauf. Bei Strixhaven gab es das Mystical Archive, wo die stärksten Spells quasi nochmal in einen besonderen Frame hineingedruckt wurde und hier gibt es jetzt so eine Art Mystical Archive, nämlich 63 Retro-Frame-Artefekts, die random in allen möglichen Boostern, auch in Draft-Boostern erscheinen können. Das heißt, es gibt 63 Artefakte, die quasi nur legal sind in den Formaten, in denen sie bisher schon legal sind, also nicht in Standard eingehen und diese erscheinen, das sind 63 Karten, also wirklich, das sind ganz, ganz tolle Sachen, dabei auch ganz tolle Reprints, die wichtig sind für Commander und für Pauper natürlich auch. Ich gucke hier mal kurz rein, was haben wir hier, das Aetherflux Reservoir, Ashnods Alter, Alter auf die Mensch, ja, ist irgendwie mit dabei, was haben wir hier, die Howling Mine, Helm of the Host, Mesmeric Orb, was gibt es hier noch, Mischras Bauble, Mox Amber, der Ornithop da auch ganz klassisch dabei, Ferexen Revoker, Platinum Angel, also wirklich wahnsinnig viele tolle Karten. Ich finde die richtig gut, die Wormcoil Engine ist auch noch eine wichtig, große Karte, die dabei ist. Was halt toll ist, dass halt auch noch eine zweite Illustration für jede Karte angefertigt wurde, die halt so einen Bauplan darstellt, also wirklich so auf altem Pergamentpapier gezeichnet, also schon angelehnt an die Originalillustration. Das Motiv ist klar erkennbar und drumherum sind halt so schematische Zeichnungen und Annotationen, wie wohl dieses Artefakt zusammengebaut werden könnte und was man sich dabei gedacht hat als Konstrukteur und das gefällt mir richtig, richtig gut, weil das wirklich, ja, so wie aus einem, wie aus Örsas Buch raus oder Mischras Konstruktionsbuch raus aussieht. Also das ist wirklich, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Genau, diese Karten erscheinen in drei verschiedenen Versionen. Alle sind quasi im alten Kartenframe, in diesem braunen Artefaktframe. Einmal einfach nur im Frame mit einer modernen Illustration, dann in dem, was Martin gesagt hat, in den Retro Schematics, wie sie so schön heißen, in diesem Bauplan, die farblich sehr, sehr schön abgestimmt sind auf diesen braunen Artefaktkartenframe. Und dann gibt es noch eine besondere Variante und zwar sind die nummeriert. Von denen gibt es dann jeweils nur 500 Stück und du hast quasi draufgedruckt, so einen Foil-Sticker, Karte X von 500. Und die sind natürlich super selten und ich bin sehr gespannt, ob die tatsächlich irgendwann mal jemand aufmachen wird und man das sehen kann. Das stelle ich mir sehr spannend vor, ist für Sammler sicherlich spannend. Hebt noch mal die Spannung beim Booster öffnen und ich finde eine rundum gelungene Aktion. Und diese Illus mit den Retro Schematics, die sind ja echt auch witzig, weil man sich so Gedanken macht, wie sieht diese Maschine aus, wenn man sie sich erdacht hätte irgendwann einmal. Wie funktioniert dieses Artefakt? Und da sind schon sehr, sehr witzige Sachen dabei. Schaut euch zum Beispiel mal an den Eco Wellspring. Mehr sage ich nicht dazu. Es ist einfach nur so ein öliger Blob. Und man sieht es ganz, ganz schön in dem Schematic, wie das Ding funktionieren soll. Ja, herrlich. Bevor wir gleich zur Freisverleihung kommen, wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich tatsächlich jetzt auch wieder ein bisschen versöhnt bin mit der Magic-Geschichte. Die hat jetzt wirklich sehr viel Fahrt aufgenommen und hat auch wieder, finde ich, die Kurve gekriegt, nachdem ganz lange sehr viel unklar war, ähnlich wie beim Marvel Cinematic Universe, wo geht's denn hin? Jetzt hat sich es wieder so ein bisschen eingenordnet. Ich fand so gerade so die Geschichten Kaltheim, Neukarpenna, Strixhaven, das waren immer so Ausflüge und es war nicht so richtig klar, wie hängt das jetzt alles zusammen. Es ist jetzt auch rückblickend noch nicht so ganz gut gelöst, finde ich. Also es war schon sehr, sehr lose, außer dass in jeder Welt mal ein Phyrexiano zu Besuch war und irgendwas geklaut hat. Das haben sie bei Color Dash besser gemacht. Da war das viel mehr eingewoben, wie diese ganzen Teile von Nicol Bolas Plan auf den einzelnen Welten zusammengespielt haben. Hier war es, finde ich, sehr, sehr, sehr dünn. Und ich finde, jetzt haben sie aber die Kurve wieder gekriegt und jetzt macht es tatsächlich wieder richtig Spaß und ich hoffe, sie behalten das bei und merken auch, wie wichtig eigentlich so eine gute Geschichte ist, um halt diese Sets auch miteinander zu verbinden und vielleicht auch ein bisschen drüber hinweg zu trösten, dass halt wirklich sehr, sehr viele Sets erscheinen und wirklich so eine konstante rote Linie zumindest durch die Standardsets zu legen mit der Geschichte. Das finde ich eigentlich wichtig, um halt so einen roten Faden durchs Jahr zu ziehen, wo man sagen kann, das gibt mir auch so ein bisschen Stabilität neben dem ganzen anderen Produktkatalog, der rauskommt. wird uns, glaube ich, noch begleiten bis zum Sommer nächsten Jahres. Danach gehen wir dann nach Ixalan und nach Eldraine. Aber auch da besteht ja die Chance, dass eine gute Geschichte weitergeführt wird, weil es eben auch Sets sind, wo wir schon mal waren und ich hoffe, sie nutzen die Chance, das da wieder aufzugreifen. Ich hoffe nur, dass die Phryxianer nicht nach Eldraine kommen und auch keine Eldrasis. Ich glaube, das wird dann abgeschlossen sein und ich hoffe, sie finden dann tatsächlich auch einen neuen Bogen, den sie spinnen können. Klopfen wir mal ganz gewaltig auf Holz, würde ich sagen. Eine letzte Sache möchte ich noch erwähnen. Und zwar möchte ich noch kurz lobend erwähnen, weil es mir einfach aufgefallen ist und toll ist, und zwar die Commander-Decks, die jetzt hier dazu rauskommen. Ich will es noch kurz erwähnen, weil Gavin Verhey hatte wieder hier seine Finger im Spiel und der hat diese beiden Decks irgendwie, ich glaube, mitdesignt und gepusht. Und zwar gibt es zwei Decks, zwei Commander-Decks. Das eine ist Ursa, das andere ist Mishra. Super viele Artefakte drin, zwei unterschiedliche Artefaktstrategien. Ein Deck versucht, große, riesige Artefakte ins Spiel zu bringen, das andere viele kleine Artefakte. Und alle Karten in diesen Commander-Sets sind im Old Frame gedruckt. Und gerade für mich als Pauper-Spieler und vielleicht auch für andere Pauper-SpielerInnen, ist so ein alter Frame irgendwie auch so ein Fetisch. Und es gibt sehr viele coole Karten, die da einen kleinen Reprint finden. Und ich hoffe wirklich inständig, dass es an so ein paar Kartenpreisen was rütteln wird. Ich werde mir diese Decks, glaube ich, beide holen, weil die einfach so schön aussehen zusammen und freue mich da tierisch drauf. Das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Wenn du es jetzt schon erwähnt hast, muss ich sagen, mir gefallen die gar nicht. Ich finde diese alten Frames, ich kann diese alten Frames bald nicht mehr sehen. Ich fände es eigentlich gut, wenn Wissers jetzt im 30. Jahr mal sagt, wir machen jetzt mal einen neuen Frame. Also ich hätte gerne mal irgendwie einen neuen Frame. Ich will nicht mehr diesen alten Frame sehen und alle Karten, die jetzt irgendwie schön und modern gezeichnet sind und vielleicht auch, also gerade die Illustration, wir haben so viele moderne, tolle Illustratorinnen und Illustratoren, die tolle neue Illustrationen machen. und alles wird in diesen Retro-Frame gepresst, in der Hoffnung, dass es irgendwie Nostalgie bewirkt oder toll aussieht. Ich finde, für diese tolle neue Art zu illustrieren, braucht es auch endlich mal ein neues Layout für die Karte vorne drauf. Also hinten drauf kann meinetwegen der Deckmaster noch ewig bleiben, aber vorne drauf, finde ich, nach 30 Jahren könnten wir jetzt endlich mal Richtung Zukunft auch gehen und was machen, was halt diesen, diesen, diesen Illustrationen gerecht wird und die nicht in diese kleinen Fenster mit dieser ISO-Perspektive reinpressen, immer und immer wieder. Jetzt in den letzten Sätzen, das ist vielleicht mal lustig, aber ich will endlich einen neuen Frame und bitte jetzt nach 30 Jahren vielleicht auch mal nach vorne gucken. Also zum neuen Frame habe ich nicht so viel zu sagen, aber zum alten Frame muss ich dir zumindest insofern widersprechen, du bist ja jetzt meistenteils niemand, der so Eternal-Formate spielt, klar, du spielst Commander irgendwie, aber auch mit, mit vielen modernen Karten, wenn ich Pauper spiele, dann, oder vielleicht auch andere Leute, die, die womöglich, modern ja nicht, weil die ja alle modernen Frame sind, aber Legacy und andere Formate, dann sind das, sind das, ähm, hat man Decks, die quasi in ziemlicher Mischmasch sind, Mischmasch sind aus unterschiedlichen Frames und da wird einem erstmal bewusst, ähm, ein neuer Kartenframe modernisiert nicht dieses Spiel, sondern der fügt nur ein neues Design hinzu, die alten Designs sind nicht weg, die sind immer noch da, die sind immer noch ziemlich aktuell, weil sie immer noch aktuell auch gespielt werden und ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, dass man weiterhin diesen Frame druckt, ich würde den auch gar nicht als alten Frame bezeichnen, sondern nur ein Frame, der lange Zeit nicht gedruckt wurde und ich finde es ziemlich cool, dass dieser alte Frame mal wieder ein bisschen bedient wird, weil man dann auch sein Deck, ich sag mal, ja, ästhetisch ein bisschen aufmotzen kann und ein bisschen geschlossener die Karten zusammenstellen kann, jetzt gerade kommt ja auch Deadly Dispute irgendwie nochmal im alten Frame raus, äh, der Echo Whalespring kommt im alten Frame raus und die beiden Karten zusammen, das ergibt dann schon eine ziemlich coole und finde ich auch ästhetische Kombo. Es macht mich allein schon wahnsinnig, dass das Set-Symbol und die Mana-Kosten nicht bündig mit dem Rand von der Illustration sitzen. Das ist was anderes, wie das zustande kommt, weiß ich nicht und warum die das machen, ist ein Rätsel, das wird auch nicht gelöst werden, glaube ich. Es ist einfach eine neue Karte in alten Frame gepresst, das ist ja noch nicht mal eine alte Karte, also wie gesagt, ich gönne das jedem, der das toll findet, ich kann aber auch jeden verstehen und ich hoffe, es gibt außer mir noch mehr, die sagen, ich bin gespannt auf den neuen Frame, den es vielleicht irgendwann mal geben wird und wo Magic sagt, ja, guck mal hier, Future-Seite, haben wir mal was probiert, das ist es vielleicht nicht, aber wir machen uns zumindest Gedanken, wie das vielleicht auch ins Jahr 40 gehen kann und ohne, dass wir immer noch diesen grauen und braunen Rand drucken müssen. Gut. Ja. Okay. Komm, jetzt lass uns, jetzt lass uns zu den Awards gehen, lass uns zack, 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 zack die Awards machen, wir haben schon so viel über dieses Set gesprochen und jetzt wollen wir mal ein paar Karten erwähnen und gucken, was uns besonders gut gefallen hat im Einzelnen. Okay, dann fang doch mal an, was möchtest du als erstes prämieren? Alright, ich fang mit dem Flavor Win an. Mhm. Und zwar möchte ich hier erwähnen die Karte The Temporal Anchor, der Zeit-Anker. Das ist eine Karte, die kostet drei, blau, 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 also insgesamt sechs Mana kosten, ist ein legendäres Artefakt, eine seltene Karte und hat folgenden Text. Zu Beginn deines Versorgungssegments wendest du Hellsicht 2 an. Immer wenn du bestimmst, ein oder mehrere Karten unter deiner Bibliothek zu legen, während du Hellsicht anwendest, schicke entsprechend viele Karten unten von deiner Bibliothek ins Exil. Während deines Zuges kannst du Karten spielen, die von dem Zeit-Anker ins Exil geschickt wurden. Und diese Karte ist auch eine Story-Spotlight-Karte, die beschreibt, finde ich ganz, ganz toll, wie dieser Zeit-Anker funktioniert und wie Teferi als Geist auch unterwegs ist, der sucht quasi etwas. Klar, ne? Die Bibliothek, die wird quasi hier sozusagen als die Geschichte, in der wir suchen, irgendwie identifiziert. Wir wenden Hellsicht 2 an, ja? Das heißt, wir verändern eigentlich, die Geschichte bleibt immer noch die gleiche, aber wir können sie so ein bisschen vielleicht in eine andere Reihenfolge bringen. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, was wegzulegen, dann haben wir die Möglichkeit, quasi das Risiko einzugehen und zwei Karten, die wir noch gar nicht kennen, unter unserer Bibliothek hervorzuziehen. Vielleicht finden wir dort noch ein paar Informationen. Und es gibt da dieses schöne Zitat in der Geschichte, ich habe das mal hier grob übersetzt, da heißt es, die Umstände zwangen ihn, Teferi rücksichtslos zu sein. Diese unendliche Halbierung, die ihn schützte, warte mal, ich sehe gerade, diese Übersetzung ist ja grauenvoll. Okay, also irgendwas schützte ihn. Also er merkt quasi, er möchte in diese Geschichte weiter vordringen, aber er kommt nicht näher an Ursa heran, sondern er muss irgendwie seine Zeit mit der von Ursa in Einklang bringen. Und das, finde ich, wird hier wunderschön dargestellt. Also er forscht nach, aber er muss das Risiko eingehen, quasi sich Karten anzuschauen, die er nicht gesehen hat, durch seinen Scrine, durch seine Hellsicht, sondern Karten, die ihm noch unbekannt sind, die unter der Bibliothek liegen und gucken, ob dort was dabei ist an Informationen, die er braucht. Also wir haben quasi so wie eine Art doppeltes Hellsicht hier, wenn man so will, mit dem Risiko, dass ich die Karten aber ins Exil schicke. Wenn ich zu viele Karten ins Exil schicke, dann, genau, habe ich irgendwann auch keine Bibliothek mehr, dann ist das Spiel einfach vorbei. Und dieser Zeitanker, diese Brüchigkeit des Zeitankers und diese Endlichkeit des Zeitankers, die kommt hier, finde ich, ganz schön rüber, weil sie es irgendwie mit dieser Story ganz cool verknüpft. Ein bisschen kompliziert, aber irgendwie hat es mich angesprochen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, wie lyrisch du jetzt beschreibst, was Blau eigentlich die ganze Zeit macht. Karten ziehen und Karten angucken. Ja, da reise ich zurück in der Zeitung und gucke mir Karten. Irgendwie muss man es ja rechtfertigen, ne? Ne, sehr schöne Karte, sehr schön, finde ich gut. Alright, mach du weiter bitte. Ich habe auch eine Rare rausgesucht und zwar habe ich Thanos, den Spielzeugmacher beziehungsweise Thanos, the Toymaker. Thanos ist der Gehilfe von Irsa gewesen, und hat aber tatsächlich angefangen so als Spielzeugmacher und ist eine legendäre Kreatur hier in diesem Set für drei, ein grünes und ein blaues, für eine 3-5 legendäre Kreatur Mensch-Handwerker und der sitzt da so schön und bastelt da an so einem Artefakt rum und der Text sagt, immer wenn du einen Bestien- oder Vogelkreaturen zauber wirkst, kannst du ihn kopieren, außer dass die Kopie zusätzlich zu ihren anderen Typen ein Artefakt ist. Die Kopie wird zu einem Spielstein. Finde ich sehr, sehr schön. Also der guckt sich quasi so in der Natur um und sieht da irgendwie Kreaturen, Bestien, Vögel und dann versucht er das nachzubauen und das gelingt ihm auch und das kommt dann als Artefakt ins Spiel. Finde ich sehr schön und es ist auch wirklich tatsächlich so, wie ich mir einen Spielzeugmacher vorstelle. Finde ich witzig und ich glaube, das kann man auch sehr gut ausnutzen, um halt große Kreaturen zu kopieren oder kleine, wichtige Kreaturen zu kopieren. Finde ich eine sehr, sehr schöne Karte. Danke nicht mir, danke der Natur für ihre wundersamen Blaupausen. Also da kommt auch nochmal dieses Blueprint-Theme mit rein und illustriert von Livia Prima ist Thanos, der Spielzeugmacher, meine Empfehlung für den Flavor-Win. Finde ich schön. Ja, Thanos auch eine spannende Figur. Einer, der überlebt auf jeden Fall. Ja. Was ich jetzt auch quasi ohne Meister Gedanken machen muss, wie er mit dem Erbe umgeht, von Ursa auch nochmal ein paar letzte Informationen bekommt, bevor er sich in den Äther verzieht quasi, also von Ursa dem Planeswalker. Ja, spannende Figur. Die wird auch deutlich interessanter in der aktuellen Story, als sie bisher war, fand ich. So, okay, komm, lass uns weiter zum Übersetzungs-Win gehen. Ja. Fangen du diesmal an? Dann fange ich an. Also ich habe mir dieses Mal so ein bisschen die Aufgabe gesetzt, ich gucke mal so ein bisschen, was zum Set passt, zum Thema des Sets passt, um mir auch so die Preisverleihung so ein bisschen spannend zu machen und ich habe eine Karte gefunden von Campbell White illustriert, die heißt im Englischen Unleash Shell und da merkt man schon so ein bisschen das Wortspiel Unleash Hell, also die Hölle losmachen, wie übersetzt man das jetzt und im Deutschen ist daraus geworden die Hülle heiß machen. Finde ich total lustig. Das ist echt witzig, ja. Weil es hat so diesen kleinen Vibe, diesen gleichen Vibe wie im Englischen und funktioniert finde ich sehr, sehr gut in der Übersetzung. Also man schmunzelt so ein bisschen, wenn man das liest. Ja, die, die Hülle heiß machen, was macht diese Karte? Die Hülle heiß machen ist ein Spontanzauber für drei, ein Rotes und ein Rotes, also fünf Maler insgesamt und die Hülle heiß machen fügt einer Kreatur oder einem Plainswalker deiner Wahl fünf Schadenspunkte und dem Beherrscher jener bleibenden Karte zwei Schadenspunkte zu. Also macht insgesamt sieben Schaden, fünf Maler natürlich auch sehr, sehr teuer, aber witzig. Ich glaube, wenn man die auf den Tisch legt und sagt, ich mache die Hülle heiß, hätte auch gut in das Warhammer-Set reingepasst, so wie die Karte hier aussieht. Und genau, die Zerstörungskraft des neuen Geschützes machte seinen unvorhersehbaren Sprengradius mehr als Wett. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich gegenseitig ausschließt oder ob das nicht beides Ziele sind, die man eigentlich haben wollte mit diesem Geschütz, aber so steht es ja nochmal im Flavortext. So ein unvorhersehbarer Sprengradius ist ja vielleicht auch wünschenswert, wenn man großflächig angreift. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die Hülle heiß machen ist mein Übersetzungswind. Was ist bei dir? Gute Sache. Bei mir geht es mit Maschinen weiter und zwar gibt es die wunderschöne Karte Maschine bezwingt Materie. Schöne kleine Story dazu. Erstmal kurz zur Karte. Kurset 1 und ein Blaues ist ein kommen Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken ein beliebiges, ein farbloses weniger. Falls du eine Artefaktkreatur kontrollierst, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Schön hier der Flavortext. Nur jemand, der in der Lage war, die Statue zu versetzen, würde die Prinzessin heiraten dürfen. Also versetzte Örsa sie. Es gab damals diesen Kriegsfürst von Krug, dieser Stadt. Der hatte irgendwann mal verlauten lassen, hey, ich habe hier so eine große Jade-Statue und wer es schafft, die zu bewegen, der kriegt meine Tochter zur Frau. Klassische Geschichte, kennen wir schon von Shrek. Und Örsa Hauptsächlich daher. Gut, keiner kann die bewegen, aber es hat keiner gesagt, dass eine meiner Maschinen die nicht bewegen könnte. Also hat eine Maschine geholt, die bewegt die Statue. Jetzt sehen wir auch mal, wie sie bewegt würde quasi. Es gab früher schon mal die Jade-Statue, eine Karte dazu. Und daraufhin hat er die Prinzessin Kyla heiraten dürfen, die dann seine Frau wurde und nun noch oder nach dem Krieg übrig geblieben ist. Wir hatten sie ja vorhin erwähnt. Also Maschine bezwingt Materie. Das könnte auch gut die Maschine selber gesagt haben. Ich finde, das geht ganz gut mit dem Duktus der Maschine einher. Machine over Matter heißt sie im Original. Und transportiert für mich sehr, sehr schön das Mechanische, dem dieses Set so, das diesem Set so innewohnt. Witzig. Finde ich schön. Okay, Funwin. Ich lege mal los. Du machst dann den krönenden Abschluss. Und zwar, ich habe wieder eine Karte mit ganz viel Text. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zeilen Text. Irgendwie scheinen mir die Spaß zu machen. Das waren die letzten beiden Male auch schon. Also die, oh ich habe sie nur im Englischen. Bitte verzeiht es mir. Die Hostile Negotiations kostet drei und ein schwarzes. Ist ein Spontanzauber. Eine Rare. Auch eine Story-Spotlight-Karte. Macht folgendes. Ich könnte es auch auf Deutsch vorlesen. Oh bitte, lese sie auf Deutsch vor. Lese sie auf Deutsch vor, ja. Also die feindselige Verhandlungen sind es. Und die sagt, schicke die obersten drei Karten deiner Bibliothek als verdeckten Haufen ins Exil und schicke dann die obersten drei Karten deiner Bibliothek als einen anderen verdeckten Haufen ins Exil. Schau dir die Karten beider Haufen an und decke dann einen davon auf. Ein Gegner bestimmt einen der Haufen. Nimm ihn auf deine Hand und lege den anderen auf deinen Friedhof. Du verlierst drei Lebenspunkte. Das ist ein bisschen gefixtes Fact of Fiction. Man hat nicht mehr so viele Informationen. Die Karten werden erstmal zufällig von oben gezogen. Man macht diese drei Stapel. Bei Fact of Fiction auch eine beliebte Karte, wo man eben, wo der Gegner Häufen machen muss aus vier Karten, die man quasi zieht. Das funktioniert hier ein bisschen einfacher. Man hat diese Entscheidungen ein bisschen verkürzt und sie bleiben trotzdem spannend und es gibt so einen wunderschönen Effekt, wenn man sich irgendwie für die offenen Karten entscheidet, kommen halt die drei anderen, die verdeckten Karten eben in den Friedhof, werden dann aufgedeckt und dann kann man eben sehen, dann gibt es diesen schönen Moment von, wow, die habe ich dir nicht gegeben oder, oh, die sind ja schlechter. Mist, jetzt habe ich dir diese anderen Karten gegeben oder ich gebe dir die drei offenen Karten, ich gebe dir die drei verdeckten Karten, muss ich offenen Friedhof legen, dann weiß man nicht so genau, okay, was hat er jetzt dabei gehabt. Also ich glaube, das ist eine Karte, die sehr, sehr viel Spaß macht, die sehr, sehr spannend ist. Man kommt auf jeden Fall zu seinen drei Karten, auch wenn man dem Gegner eine Entscheidung überlässt und ich musste mich so ein bisschen an das Spiel Schnauzer erinnern. Kennst du das noch? Nein. Man spielt mit drei Karten auf der Hand und man hat quasi so eine Art Mulligan, in der man quasi sich selber zwei Stadthände gibt. Man darf sich eine davon anschauen und dann entscheidet man, hält man die oder nimmt man die zweite, von denen die zweite Hand, die noch verdeckt liegt, auf und dann muss man die übrigen Karten offen in die Tischmitte legen und mit denen wird dann angefangen zu spielen. Daran muss ich ein bisschen denken. Ich glaube, das ist eine Karte Hostile Negotiations, die ist spannend und die führt zu coolen Spielmomenten, wo man sehr genau aufeinander achtet, wo man guckt, was der Gegner spielt und wo man für vier Mana auf jeden Fall zu drei Karten kommt. Witzig. Ist eine Rare. Ist eine Rare. Dann ziehe ich mal nach. Werde ich einen Commander Dex spielen. Dann ziehe ich mal nach mit einer Common, weil ich dachte, meine Spaßkarte, das soll auch eine Karte sein, die ich auch mit Spaß spiele und wo ich auch die Chance habe, die mit Spaß spielen zu können, weil ich sie verschleicht auch im Booster aufmache. Okay, okay, leg los. Das ist die Gixianische Schädelhäuterin für zwei und ein Schwarzes, eine 2-3-Kreatur, Phyrexianer Mensch-Assassine und ist schon mal, finde ich schon mal gut, für drei Mana eine 2-3. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls sich drei oder mehr Kreaturenkarten in deinem Friedhof befinden, lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf die Gixianische Schädelhäuterin. Ich mag ja Karten, wo Plus-1-Plus-1-Counter draufgelegt werden und ich finde, der Gegner hat hier auch, oder die Gegnerin hat hier auch so ein bisschen in der Hand, wie stark diese Kreatur wird. Sie kann natürlich alle Kreaturen leben lassen, dann passiert hier nichts oder sie räumt das Schlachtfeld leer und dann kommen im nächsten Zug aber hier Plus-1-Plus-1-Counter auf die Gixianische Schädelhäuterin. Es gibt auch noch ein schönes Pendant, die Gixianische Infiltratorin. Immer wenn du eine andere bleibende Karte opfers, lege eine Plus-1-Plus-1-Karte auf die Gixianische Infiltratorin. Also ich glaube, diese Kombi, die macht sehr, sehr viel Spaß, aber im Zuge der Interaktion, was ja auch so der Fun, wie ein bisschen symbolisieren soll, finde ich auch hier, dass ich das dann errichte, wie viele Kreaturenkarten in meinem Friedhof sind und der Gegner wahrscheinlich einen großen Anteil daran haben wird, wie viele da drin sind, finde ich das eine sehr witzige Karte, glaube ich, im Spiel. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich spielen würde, glaube ich. Wenn ich das entsprechende Deck habe, wo ich den Friedhof voll mache. Ist auch eine schöne Illustration. Von Anna Pavleva. Genau. Schöne Illustration von Anna Pavleva. So, dann machen wir den Sack zu mit dem Silbernen Tasty, der besten Illustration. Jawohl. Ich fange an, Martin, ich unterbreche dich einfach, ich fange an, weil meins, glaube ich, das weniger Überraschende ist. Und zwar, ich habe den Silbernen Tasty, den muss einfach Dominik Mayer bekommen an dieser Stelle. Ja, ich weiß, boring, aber nee, hört mir zu, ist einfach alles andere als boring, was er in diesem Set gemacht hat. Dominik hat sechs Illustrationen für Karten gemacht, hat aber auch das Box-Art gemacht und seine Illustration von Visions of Phyrexia beispielsweise wurde genutzt für die Ankündigung des Sets. Also, ich habe beispielsweise diesen Newsletter von Wizards und da wurde dann das neue Set angekündigt mit dieser Illustration. Ich finde die einfach ganz grandios und ganz besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Kyla's Command. Eine ganz, ganz tolle Karte in diese eben Kyla, diese Figur, die ich hier so ein bisschen ja für mich entdeckt habe in dieser Lore, dargestellt wird. Wunder, wunderschön. Wir haben wieder so eine ganz klare, klassische, symmetrische Anordnung. Trotzdem ist sie so ein bisschen zwielichtig, wie sie hier erscheint. Ja, die hat ja auch wahnsinnig viele innere Konflikte und Dämonen, die sie irgendwie verfolgen. Auch die sind so ein bisschen gefühlt hier dargestellt. Sie hat diese, das Kommando über diese Stadt, die sie jetzt beherrscht, für die sie quasi verantwortlich ist und alles das, diese Geschichte, ihre Macht, die sie entdeckt, alles das sehe ich in dieser Illustration. Natürlich auch nicht unerwähnt bleiben soll, eben besagtes Visions of Phyrexia, wo eben diese beiden Brüder und wie sie sich in Zweien wunderschön, sehr grafisch dargestellt wird. Titanias Command, eine wunderschöne grüne Karte, die wiederum einfach klasse den Kontrast zeigt und die Bandbreite, die Palette, der er sich Dominik bedienen kann, hier, mit der er Magic-Karten zeichnen kann, die wunderbar in den normalen Standard-Frame hineinpassen und mittlerweile so gut zu Magic passen, dass Magic das mittlerweile auch einfach erkannt hat und damit Werbung für sich selber macht und eben auch diese ganz klasse, diese ganz wirklich wunderbare Display-Box-Art hierfür entwickelt hat. Großartig. Dominik, Silberner-Tasty für dich. Genau, also ich glaube auch, das ist einfach ein neuer Level von Magic-Illustrationen und da gehört auch ein neuer Level von Frame dazu. Du hattest ja auch letztes Mal auch einem Artist einen Preis gegeben, der finde ich in eine ähnliche Kategorie schlägt, der auch sehr grafisch und mit viel Design-Anspruch an seine Artworks geht wie Dominik. Genau, da würde ich auch gleich was dazu sagen. Also ich habe mir tatsächlich auch überlegt, wem gebe ich den Silberner-Tasty und Dominik Mayer spielt für mich mittlerweile auch in anderen Liga, also deswegen habe ich den jetzt gar nicht mehr in die engere Wahl genommen, weil es einfach alles großartige Illustrationen sind. Dann habe ich eine Karte, ist mir eine Karte ins Auge gefallen und die ist tatsächlich von demselben Illustrator gewesen, wie ich dann festgestellt habe, dem ich bei Kamigawa, nee, im letzten Set, Entschuldigung, den Silberner-Tasty gegeben habe, Jeremy Wilson. Der hat hier eine Illustration Dreams of Steel and Oil, finde ich auch großartig. Ist es aber auch nicht geworden, weil ich dachte, nee, das hatte ich erst letztes Mal und wie gesagt, die hätten es beide verdient. Also das ist aus meiner Sicht eine großartige Illustration. Ich habe mir dann aber gedacht, ich gucke mal, wen finde ich denn? Wer macht denn Illustrationen, die so ein bisschen, also es sind ja sehr viele Artefakte im Spiel und im Set und wie illustriert man denn Artefakte mal neu und anregend und spannend und vielleicht auch so, dass man sagt, das ist vielleicht auch, ja, wie gesagt, eine neue Art Kreaturen zu illustrieren, die Artefakte sind und ich wollte halt irgendwas mit Artefakten mir raussuchen, weil das halt ein großes Thema im Set ist. Und ich bin dann über eine Illustration gestolpert, die finde ich sehr, sehr schön und zwar ist das der Steel Seraph oder der Stahl Seraph illustriert von Dennis Ziperko oder Ziperko. Du kannst dir die vielleicht mal aufmachen, ich weiß nicht, ob du die dir jetzt so vor Augen hast. Ich habe sie vor Augen, ja. Aber es ist, finde ich, eine ganz tolle neue Interpretation von einem Engel. Also wenn ich jetzt zurückdenke an Kaladesh und wir die Artefaktkreatur Engel dort haben, dann ist das doch sehr klasse. Das ist ein Engel, stimmt. Ein Artefaktengel. Genau, das ist hier ein Artefaktengel und es wirkt aber, es wirkt aber erstmal nicht so wie ein Engel. Ich fühle mich da erinnert an die neue Interpretation von Dune. Wirklich so diese ganz klaren Linien, sehr monochrom, im Hintergrund so ein bisschen so eine aufgehende Sonne, so eine düstere Sonne vom Schlachtfeld. Und dieser Engel besteht eigentlich nur aus so Linien, aus Flächen und es ist eigentlich gar nicht so als Engel erkennbar, weil es eben ein Artefaktkreatur Engel ist. Finde ich sehr, sehr schön. Und obwohl es eine weiße Karte als Prototyp ist, wirkt es sehr monochrom. Also dieser Kriegsgedanke kommt schon sehr durch. Und vielleicht interpretiere ich jetzt auch ein bisschen viel rein, denn ich habe mich dann auch ein bisschen mit dem Artist beschäftigt. Und Dennis Ciperko ist ein Illustrator aus der Ukraine. Der ist in Kiew. Seine aktuellen Sachen auf Artstation haben natürlich auch das Thema Krieg in seinem Heimatland zum Thema. Und ich fand das, das hat sehr, sehr gut gepasst für mich, ihm diesmal den Silbernen Tasty zu geben. Einerseits, weil es halt wirklich eine ganz tolle Interpretation des Themas Engel ist. Und wie ich dann festgestellt habe, auch dieses Thema Krieg. Also wir spielen jetzt hier quasi Krieg mit dem Krieg der Brüder. Und gleichzeitig passiert halt in seiner Heimat ein Krieg fand ich das zumindest eine, so ein kleines, einen kleinen Gruß der Hoffnung vielleicht in diese Richtung, den ich mit diesem Silbernen Tasty ihm geben wollte und ja, vielleicht auch der Ukraine geben wollte. Ganz tolle Entdeckung finde ich das und ein unglaublich dynamisches Artwork. Der hat erst zwei Karten gemacht und einen Token und der Skyway Robber von Carpenna ist ähnlich dynamisch, auch eine fliegende Kreatur, auch hier wieder und ich hätte nicht erkannt, dass das ein Engel ist. Das ist wirklich und wenn man weiß, dass es ein Engel ist, dann hebt es das echt auf ein anderes Level und auch den Vergleich zu Dune, den kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich ganz toll, den werde ich im Auge behalten. Genau und ja, ich finde auch deine Auswahl sehr gelungen und Grüße an Dominik großartig wie immer. So, jetzt gibt es aber keine Preise erstmal, Dominik, egal wie gut du malst. Genau, also wir haben ja dann eine große Preisverleihungssendung im Januar traditionell und ohne da jetzt viel vorwegzunehmen zu wollen, vielleicht hören wir deinen einen oder anderen Namen wieder. Ja. So, lass uns zur Nachspeise kommen. Klasse. Es sei denn, du hast noch was zu sagen zum Set. Nein, ich habe zu viel gesagt schon. Dann gibt es jetzt noch zur Nachspeise halb verschmolzenes beziehungsweise halb gefrorenes Es gibt ein Sorbet. Jetzt habe ich es verstanden, mein Quatsch. Jetzt muss man kurz erwähnen, wie es hier steht. Hier steht erstmal Sorbet, dann steht in Klammern halb gefrorenes. Ich dachte, halb gefrorenes, was gibt es denn noch für einen Mechanismus und eine Karte, von der ich nicht gecheckt habe. Da steht hier leicht geschmolzen dahinter. Es war schon spät, wo ich die Speisen zusammengetragen habe und ich finde, das merkt man aber nicht. Es ist doch jetzt spät. Ja. So, und zu guter Letzt als Betthupferl, je nachdem wann ihr es hört, viele hören uns ja auch vor der Arbeit, dann als Start in die Woche, muss der drei Fragezeichen-Fan aus mir heraus euch einen kleinen Tipp geben. Das hat nicht viel mit Magic zu tun, aber vielleicht ist es ja was, worauf ihr Bock habt. Es geht nämlich um einen Podcast und zwar den Hashimiten-Fürst, der Bobcast. Ein Wortspiel jagt das nächste Zwei-Ten-Drei-Frage-Zeichen-Podcast, den Bobcast, wo Andreas Fröhlich, der Sprecher von Bob Andrews, zuständig für Recherchen und Archiv, gemeinsam mit Kai Schmidt, das ist auch ein Sprecher, unter anderem auch Regisseur für die drei Fragezeichen, einige der drei Fragezeichen live folgen und einer, der sich ziemlich gut auskennt in der drei Fragezeichen-Welt und überhaupt in der Welt der Hörspiele und die machen einen Podcast und in jeder Folge besprechen sie eine Folge der drei Fragezeichen. Folge 1 wird besprochen, der Super-Papagei, Folge 1 der drei Fragezeichen, Folge 2, die Folge 2 der drei Fragezeichen und so weiter. Man hört ganz, ganz tolle Gaststimmen, Heike-Diene Körting, die bis heute noch mit, die drei Fragezeichen, mit ihrer Bandmaschine in Alleinregie quasi aufnimmt und immer noch von Band quasi die Effekte sozusagen dazu mischt, wir hören ganz viele Infos über Sprecherinnen und Sprecher der damaligen Zeit, des damaligen Fernsehens, des damaligen Theaters irgendwie auch, die haben ja schon 78 angefangen aufzunehmen, die drei Fragezeichen sind einfach schon richtig alt. Bastian Pastewka, einer der großen, auch prominenten drei Fragezeichen-Fans, tritt immer mal wieder auf, wir hören Autoren sprechen und das ist sehr kurzweilig, sehr schön gemacht, die sind sehr gut vorbereitet, wir hören sehr viele Audioschnipsel aus den drei Fragezeichen-Episoden und es hat mir nochmal einen komplett neuen Blick gegeben auf diese, ich höre sie ja von Kassette, auf diese Kassetten, die ich schon so oft gehört habe und habe mir viele Dinge erzählt, die ich noch gar nicht kannte und ich freue mich besonders darüber, das jetzt entdeckt zu haben, der Podcast läuft schon seit Februar, es gibt schon einige Folgen, die ihr nachhören könnt und ich freue mich besonders, das jetzt entdeckt zu haben, weil ich diese Woche endlich auch die drei Fragezeichen mal live sehen werde, wenn alles klappt. Vor drei Jahren habe ich die Tickets gekauft, Corona sei Dank findet es erst jetzt statt und ich bin ziemlich gehypt. Würde ich dir schon mal viel Spaß. Danke. Und nimmst dein drei Fragezeichen-Deck mit und lässt es dir signieren, hoffentlich. Stimmt. Das habe ich gar nicht gedacht. Nein, 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 guck mal, ich denke es so. Und zwar, ich habe meine Lieblingsfolge signiert von Oliver Rohrbeck, dem Sprecher der drei Fragezeichen. Und ich habe überlegt, ob ich die wieder mitnehme und sie von den anderen beiden auch noch signieren lasse. Aber ich kann natürlich die drei Fragezeichen-Proxys, die mir Tobi angefertigt hat, mitnehmen und unterschreiben lassen. Danke für den Tipp. Wann sollte man da sonst drauf kommen als in einem Magic-Podcast? Ja, manchmal bist du wirklich so eine Einkaufstasche in der untergegangenen Dominaria-Hochkultur. Was? Eine Trantüte. Eine Trantüte. Ah, schön. So. Mit diesen Worten der Hinweis darauf, dass, wenn euch das nicht alles zu doof war und zu lang und zu viel, dann hinterlasst uns doch einen Like oder einen Kommentar oder einen Folge, wie nennt man das? Folge-Button? Folgt uns. Oder folgt uns. Kommt mit. Schließt euch uns an. Schließt euch uns an auf dem Weg zu einer besseren, schöneren Magic-Welt. Ne, das klang jetzt wieder wie Insektenführer. Vergesst es alles. Insektenführer. Also, auf Twitter findet ihr uns unter tasty-mtg. Ich hoffe, ihr könnt euch da noch finden, wenn Elon Musk uns nicht auch entlässt. Dann könnt ihr uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen finden. Dort könnt ihr uns auch bewerten. Hinterlasst uns mal einen Kommentar dort. Das hilft nicht nur uns, sondern auch anderen Leuten, uns zu finden. Wir würden uns tierisch drüber freuen und werden euch sicherlich auch erwähnen in einer der nächsten Folgen. Genau. www.tastymtg.de Dort findet ihr uns auch. Wir können uns auch Kommentare hinterlassen. Wir gehen gleich noch rüber zu Steady. Gehen wir, ja. Gehen wir und machen da noch einen Booster der 30th Anniversary Edition auf. Und genau, da könnt ihr uns auch unterstützen auf Steady. So wie das aktuell Matthias, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel tun. Die kriegen dann noch mal das extra Booster-Spaß-Folge in ihre Podcatcher gespült. Und genau, da könnt ihr uns unterstützen und macht das gerne, wenn ihr mögt. Cool. Vielen lieben Dank euch. Vielen lieben Dank euch allen, die ihr zugehört habt. Ja. Ich finde es klasse und bin immer wieder verwundert, dass uns überhaupt Leute zuhören, aber Magic macht halt Spaß und da will man sich halt auch jeden Content geben und dann ist halt auch Tasty MTG dabei, da machen wir mit. Das finden wir großartig. Genau. Es gibt noch eine Folge natürlich in diesem Jahr, traditionell, welche das ist. Es gibt 24 kleine Folgen, die man auch nur in bestimmter Reihenfolge und an 24 unterschiedlichen Tagen des Jahres hören darf. Genau. Zusammengepackt in einem großen Download quasi. liebevoll von Hand verpackt. So, das machen wir und genau, jetzt machen wir erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, spielt schön und nicht nur Karten angucken. Lesen, sondern auch Geschichten hören. Geschichten spielen. Genau. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.